Hallo zusammen, ich bin der Tommi vom Deutschen Skiverband und ich zeige euch heute den DSV-WM-Club in Seefeld. Kommt einfach mal mit! Gold, Silber oder Bronze? Mal sehen, wer uns die erste Medaille ins Haus bringt. Auf geht's Deutschland, kämpfen und siegen! Wir haben jeden Abend Live-Musik und sicherlich den ein oder anderen prominenten Interview-Gast bei uns im WM-Club. Für das leibliche Wohl ist natürlich gesorgt. Normalerweise wird hier Golf gespielt. Vielen Dank für eure tolle Unterstützung. Das war die DSV-WM-Club-Vorstellung. Drückt jetzt unserer Mannschaft die Daumen, dass wir so viele Medaillen wie möglich einsammeln.